weiter geht es mit deinem bug 2 ich hoffe du bist wieder mit dabei auf jeden fall leute mit dabei ist auch okay auf jeden fall abonniere die glocke lasst eine bewertung da und guck da ist alles fertig das hat gespackt im letzten video wieder mal ich habe keinen ton was für ein geiler anfangen tötet ihr mich nur sagt mein sohn dass ich wie ein kriege gestorben ja sei rede weiter ich kann ich hab back was redest du da hat er mich sie hat dich geschickt um es zu tun also du es ich weiß nicht was du erzählst ich habe einen auftrag für dich nein ich will bloß reden du bist techniker oder ich habe einen namen gut was willst du was soll ich fragen wer ihn umbringen will ja eigentlich ist das auch wichtig ja wer ist dieser frau die dich töten magina den tata eine pussy mit reißzähl was eine mega schlappe mit die meine eier auf dem sie wird sie bis sie wieder bekommen reichte das als auskommt aha vielleicht kann ich dir helfen ans ja nicht womit es aufnimmt das monster da unten war kein problem für mich leto sie war im vergleich dazu bloß ein pudel mit lautsprecher gut fragen wer ist ja erstmal fragen wer bist du eigentlich einer von dieser geworfene perle ein könig und königreich ein fleisch gewordene tragödie ach so du hast eine sohn sagst du wurde mir geraubt wie alles andere auch ich weiß wie sich das anfühlt du kannst in der stadt hinspucken wo du willst du triffst immer einen der jemanden verloren hat ok jetzt können wir die ok was fragst du noch gleich ich muss die wands an einem funksender anbringen aber vorher muss sie repariert werden wird sich für dich auch lohnen dafür brauche ich einige teile welche teile die drähte sind verrost im nord findest du ersatzteile die armee hat ihre sachen da liegen lassen wo genau die sind bestimmt wurde wieder und geschützt also suche eine kiste unter der antenne ok wie lautet dein preis darüber reden wir später lass dich überraschen von hinten überraschung mag ich gar nicht und zwar von hinten ja gut von hinten überraschung von hinten ja das hört sich immer so zweiter als ich an der hat das gar nicht gesagt also wir müssen wohin da hoch ich hab schon wieder leben verloren hörst du jetzt wieder was nein der redet schnell ich weiß was er sagt also ein gott habe ich hatte drin gelegt aber ich sitze schon seit 14 jahren und ich bin ihm nicht begegnet halt deine fuß ja wow ich hab wieder mal gar nichts verstanden alter ist ja nicht schlimm ist ja nur dein youtube kanal der ein bisschen darunter leidet ich bin hart ey was machst du? alles gut bei dir? was machst du ey? was passiert? was passiert? was passiert? egal besser so ey ich hab sowieso einen bug gehabt was war? du bist hochgegangen und dann hat sich plötzlich dieses strom und so eingeschaltet hey schon wieder alles zurück ja das ist ja nicht schlimm ist ja kurz hier ok wir müssen ein bisschen mehr aufpassen hey ich hab nicht gecheckt wie hat sich strom eingeschaltet alter also äh da hoch gehen finde ich nicht äh als richtig soll ich machen? ich hab die Eier ok doch nicht ok von ihr geht's nicht wo ah können wir uns nicht da festhalten irgendwo? ah warte mal nein warte mal hier 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 ich hab's heute dann wo? wo war's? oh mein Gott hey wo bist du? wo oben? ich bin schon weg aber von wo bist du? ich hab keine Ahnung dein ernst gerade ey ich bin doch runter gefallen ich hab's nicht gesehen hast du wieder immer noch nicht gefunden? nein was war denn da? sag mal ja da ich komm grad zurück wenn ich es dir schon erklärbar da ist ein Ding halt so wie eine Tür hier eine Tür? hier ja und dann? komm achten ich hab die Leiter runtergeworfen falls du wieder hoch musst ich muss auch ja hier ist die Leiter ich hab die runtergemacht wo bin ich? ach schon wieder hier da ist wo bist du? ach so bist du oben? da ist auch hier oh mein Gott ich muss wieder auch ganz hoch jetzt so so du bist ja gleich da ich bin schon glaub da aber aber? hier ich bin da ich hab's was musst du da machen jetzt? ich musste dieses Teil dann nehmen was da auch ist redet jemand bei dir? weil ich hör wieder gar nichts ja das wollen ich immer ermutigen ich bin eben stur ja vielleicht wirst du mir nützlich sein komm zurück zu mir ah gut dann was geht direkt eingelocht? komm teleportier dich komm ja warte ah da bist du hier ich hab kein Toner das du weisst falls hier ist was also ne notiz ne goldene notiz ja ich hab kein Toner ich glaub's nicht was ist hier? hier ist auch was? Elektrikteile wir klonen den jetzt schon ja ok ich sprech jetzt mit dem so bitte komm sag nichts bitte das ich vorlesen muss doch musst du ja du hast es? gut warte einen Moment guck dich schon mal ich komm ok geht nicht deinem Bücken hab ich gesagt hast du es geschafft? da bin ich mal so schwer ok und was ist die Überraschung? warst du dich als Gegenleistung? was wirst du als Gegenleistung? du hast wenig im Angebot was mir helfen würde deswegen bück dich warte was? ich bin ein Programmierer in einer Welt voller Leute die bloß essen, scheißen und schlafen was könntest du mir bieten? ein Fell ein Fell fünf Flaschen Schnaps dein Hintern die Überraschung ist ich habe es für deine Freundschaft getan das ist in der Tat eine Überraschung das ehrt mich du hast meinen Fallen überwunden und mein Abwehrmenschernismus überlistet wir sollen einander vertrauen Aiden das ist mein Lohn ok Kurt danke jetzt bitte ich ok wir können aber auch gehen wir müssen uns nicht unbedingt mit wir können es entscheiden aha kurz unter Schlupfe sicher warte mal ist das irgendwie so ein Händlermäßig irgendwas? nein geh nein nein ja aber na gut geil eine Sicherheitssore bei dem 766 Meter ey let's go weg mit uns hier ey ich hab keine Lust mehr in der Kathedrale zu weit zu sein dieser Junge ey wir chillen die ganze Kathedrale alter ja das ist vielleicht wieder zu Armine das ist vielleicht wieder zu Armine na 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 ich glaub bei mir wird das ganze Spiel verbuggt sein ich hab keine Lust ganze Zeit was zu lesen ich hab keine Lust ganze Zeit was zu lesen nur damit du bescheid warst du kleiner Wichser ja ich glaub aber bei mir wird das so sein schade aber wirklich ich versteh gar nicht wieso das so ist ich mein's ernst wirklich ich hab das so ich hab das so das ist ja wirklich krass ich hab das so ich hab das so ich hab das so das so ich hab das so Einfach mal ein bisschen schwimmen, weil wir stinken morgens, wir gehen auch nicht duschen, Alter, was ist das? Die Leute, wenn die Wasser finden, trinken es lieber. Ah, Schatz, die dufen, glaube ich, was ja normal bei so einer Situation ist. Iss ihn langsam, was bist du für ein Görgis-Hüß, Alter? Wie heißt Görgis eigentlich auf deutsch? Görgis ist, ähm... Fuck, ich hab Boden, Dinger leer, ich fall jetzt ins Nichts. Nein! Ja. Oh mein Gott. Sehr schön. Sehr schön. Warte, vielleicht, wenn ich dich teleportiere zu Huen, wenn er dann redet, dann bist du wieder da, dann bist du wieder da. So haben wir es halt noch nie... So haben wir es halt noch nie gemacht. Wo bin ich, ey? Fliegst du jetzt die ganze Zeit, gell? Nein. Ah, nicht mehr? Okay, dann hast du schon Glück gehabt. Bei mir, ich bin nonstop. Aber irgendwas ist... Die Welt ist bei mir sehr komisch gerade. Die Bäume schweben in der Luft. Oh mein Gott. Der Boden ist bis jetzt... Ja, das kann ich... Bei mir kann ich vergessen. Das wird nichts. Sehr viele Stellen vom Boden, hat keinen Boden mehr. Die Zombies fallen runter. Oha, wie krank, Alter. Erinnert mich an Dinger, The Day of Tomorrow. Dieser Bug ist gerade echt nicht normal. Sobald ich jetzt hier reingehe, dann fliege ich jetzt unendlich. Lade mich einfach rein. Oh, die Zombies die... Die schreien alle... Weil die von dem Bug runterfallen. Plötzlich. Mich lade ich jetzt ein. Hä? Ich kann dich nicht einladen. Wieso? Ah, warte ich muss erst zu denen. Jetzt. Da, schnellerweise. Das musst du es nicht machen. Ich würde kommen. Da bist du. Ich bin da. Ich bin da. Es sieht ja auch komisch aus. Ein bisschen bei mir. Ich hab Ton. Ich hab Ton. Ist nicht, weil... Ja. Der Bug hat schon alles gesagt. Warte kurz. Sieht aus wie Kugeln. Schrot. Eier. Eier. Da drin sind Eier. Menschen-Eier oder? Eier Aiden. Nur du hast aber kleine Hühner. Fisch-Eier. Fisch-Eier. Deluga, um genau zu sein. Aus dem Kaspischen Meer. Gilt weltweit als einzig echter Kaviar. Schmilzt geradezu auf der Zeit. Es ist halt Essie, glaub ich. Der Geschmack der Wellen eines schwarzen, tiefen, fernen Meeres. Ich hab den Bug jetzt. Ich hab den Bug plötzlich bekommen. Ja. Ich hab grad den Bug. Ey, was ist das für ein Let's Play von deinem Leid, Alter, ey. Jetzt weiß ich wieder nicht, was die reden. Um was es geht. Ja, wir funken jetzt jemanden an und checken gar nichts. Juan macht oft dicke Hose, aber ich komm mit ihm klar. Wie kommen wir auch nicht drum ins Fernsehstudio? Ich brauch nicht mehr zu fragen, weil ich nicht weiß. Hä, warte mal. Wir sagen Juan macht doch dicke Hose, aber Juan ist vor uns. Ja. Und ich weiß nicht, um was es geht. Ich hab keine Ahnung, um was es geht. Ich hab auch keinen Ton mehr. Ah, jetzt hab ich wieder Ton. Krank, Leute. Krank, krank, krank. Bei mir backt gerade alles rum. Bist du wieder bei dir? Ja, aber es gibt Stellen, die leer sind. Hier, Messala. Es gibt Stellen, die leer sind bei mir. Wenn ich runterfall, dann geh ich durch. Wie viele Minuten nimmst du schon auf? 16. Wir müssen auf jeden Fall... Ich weiß nicht mal, wo die Storyquest ist. Ich hab keine Anzeige. Ich auch nicht. Warten Sie auf Mads Vorladung. Wir müssen warten. Achso, warten. Alles klar. Der steht nicht mal bei mir. Hättest du dir gedrückt halten. Ah, jetzt warten Sie auf Mads Vorladung. Der ist auch hier, aber. Boah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So, jetzt. Da brauch so eine Leere. Wenn ich da runterfall, bin ich tot. Mad ist doch auch hier. Was ist? Da sind so leere Felder, Alter. Wenn ich da runterfall, bin ich... Komm, nehmen wir diese Nebenquest hier an. Ja, wieder kein Ding. Ja, ich auch nicht. Es läuft gerade alles falsch, sowieso bei mir. Mad ist doch hier, oder nicht? Irgendwo warte auf jeden Fall, Alter. Hey. Wir müssen auf ihn warten. Auf seine Vorladung warten. Ja, gut. Dann. Was soll ich sagen? Hören wir die Folge halt früher auf. Ja, weil wirklich dieser ganze Wax hier... So will ich das auf jeden Fall jetzt nicht spielen. Also Leute. Was soll ich dazu sagen? Ihr seht es selber. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da und guckt in der Videobeschreibung. Da ist alles verlinkt. Kann man überhaupt bei so einem Video eine Bewertung da lassen? Wegen dem Wax? Ja, du kannst ja nichts dafür. Du machst ja dein Video, du machst ja deine Aufwand. Alles klar, egal. Hade. Das ist schon ein Backfest hier, Hade.